Medienpräsident Obama liebt moderne Medien. Deswegen baut er sich seine eigene Bücherei. Wir haben Ihre Bücherei fast fertig gebaut. Ja, ich wollte nur noch mal kontrollieren. Schönen Pulli hast du. Ja, dankeschön. Sie haben auch ein schönes Hemd. Wollen Sie uns beim Bau helfen? Ja, sonst werdet ihr Lahmärsche ja nie fertig. Ja, dann mal ran an die Wunder. Das ist übrigens unser sprechendes Regal. Hallo Regal, freut mich dich kennenzulernen. Hallo. Jo Mädels, Mr. President ist am Werk. Ja, einfach hier die Regalteile zusammenfügen. Oh ja, ich weiß, guck mal hier Kleine, ich baue das zusammen wie so ein Boss. Oh Mann, wieso geht das zu schwer, ey? Hier fehlt eine Schraube. Typisch schwedisches Möbelhaus. Jetzt bitte abwischen. Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr. Scheißidiot mit seinem blöden roten Pulli, ey. Ich stehe hinter Ihnen. Warten Sie, Mr. President, ich helfe Ihnen. Ich will auch ein Regal. Ach, sag doch, da sind keine Schrauben drin. Wisch mal lieber. Und, bist du öfter hier? Ich bin übrigens der Präsident, hab ich vielleicht schon erwähnt. Ja, das weiß ich. Ja, wie ich dich hier so beim Schrankaufbauen beobachte. Du kannst ja wohl ziemlich gut mit Latten umgehen, ha? Ja, kann schon sein. Und hey, wenn du mal Praktikum bei mir machen willst, sag Bescheid. Praktikum als Präsident? Ja, ja, genau. Cool. Und zack, es ist fertig. Könnt ihr das später so zusammenschneiden, dass es aussieht, als hätte ich das alleine aufgebaut? Und leg die Nationalhymne drüber. Das kommt immer gut. So, meine Bücherei ist fertig. Jetzt werde ich willkürlich irgendwelche Bücher in mein neues Regal stellen. So. Ne, das sieht nicht aus so. Ne, doch lieber so. So. Ne, so. Ne, so. Bücher sind die Zukunft. Das Buch. Ein Medium mit Zukunft. Sehen Sie das nächste Mal. Der Medienpräsident Obama schreibt auf seine Facebook-Wall. Gefällt mir. Eine malung große Ahnung. relang ist Mortat. Untertitelung. BR 2018